Musik Das ist in Luzern. Ich glaube wir haben sogar die Aussicht vom Hotel auf diese wunderbare Brücke. Musik Das ist unser Selfie in Leipzig an der Auslosung. Das ist natürlich das wunderbare Selfie. Ich glaube das erste Selfie von Heinz. Genau, das ist es. Oh ja, das ist der wunderbare Moment, wo Timia und ich das Doppel gegen Kohle gewonnen haben. Also ich habe immer noch Gänsehautfeeling, wenn ich das so sehe. Schocke. Schocke ist ein sehr wichtiges Thema. Schocke bedeutet euch allen sehr viel. Nein, ich esse sehr gerne Schocke. Und das ist so das erste, was man an mir gehört als Schweizer. Also so, Schocke halt. Ja, also es ist eine unglaubliche Ehre. Ich finde es wunderbar, dass ich in diesem Team sein kann. Und dass wir jetzt so einen Ausgangsaal haben, in so einem Halbfinalspielen. Und es ist einfach fantastisch. Musik